Okay, Mike, wir müssen den Weg mal kurz nach oben finden. Da ist ein Name! Wer nimmt dich mit auf seinem Sarg? Wer haut dich richtig ab? Was dich und mich verbindet? Wir sind Idioten-Freunde! Hallo meine Pukke-Freundinnen und Pukke-Nenten! Willkommen zu Varro in einer weiteren Folge. Leon hat dazwischen geredet. Ich bin jetzt rauf, Leon. Hi! Ich seh nix. Äh, wer vergessen hat, wo wir stehen geblieben sind, wir sind hier stehen geblieben an den Dias. Mike, ich höre dich nicht. Was? Leon, hallo! Okay, jetzt. Leon, hörst du mich? Ja, es sind acht. Es sind acht. Acht, nice. Also wer in der letzten Folge nicht mehr gelassen hat... Bye, Sven! Oh mein Gott, ich hab' ihn gern geschnipt. Hi! Ich hab' ihn gern geschnipt. Hi! Oh, bei Sven ist alleine, Alter. Als ob er will. Ja, Sneak aber! Ja, ja, stimmt. Ich will jetzt nicht sterben, ich hab' jetzt voll Bock auf Varro. Ähm, ich hab' noch sieben, äh, Eisen. Wenn er jetzt magst du leipen. Achso, stimmt, Sneak, ne? Ne, Leon, wie sieht, sollte er bei uns sein? Übrigens, heute, ähm, der Leon hat mir gesagt, dass er so ein Tutorial gesehen hat, wie man am besten Diamanten findet. Ja, hat gut geklappt, würd' ich sagen. Wiese. Ja. Ja. Okay, ich war hier niemand. Oder? Wie viel Stone war am Ende fertig, als du hier oben warst? Nee, 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 alles gut, alles gut. Ich hab' das alles hier, hierhin getan, damit uns niemand kriegt. Hier ist noch der Müll, der die spawnen gerade noch. Warte, der Chunk. Ja. Ja, eben. Wenn's nicht die spawned ist, heißt... Der ist die spawned. Deine Items, meine Blume hab' ich danach getan. Das heißt, sie wird jetzt auch gleich die spawnen. Das heißt, jemand war hier oben. Aber die Blume konnte nicht die spawnen, keine Ahnung. Und da hab' ich endlich nur okay. Ich legge. Ich auch. Okay, war noch ein Schlag. Neck. Äh, ich tu mal hier in den Ofen hin. Joa, alles gut so bei euch. Na, wie ist die Schule Spaß? Nicht eure Lehre. Hä, wieso gibst du mir deine Steinspitzhacke? Oh, nice, Leon. Verschwende halt. Ne, Leon, ich mach das machen. Gib her, gib her. Nein! Okay, wir brauchen vier Stück, okay? Von wo kamen wir? Von wo kamen wir nochmal? Ja, ich mach mir eben ne Eisenspitzhacke, okay? Ich hab nämlich keine... Seid ihr ein Team oder zwei Solos? Was? Ein Team. Hashtag Tam Aura. Ja. Warte, gib mir mal das Eisen da. Gut, ich mach mir jetzt auch ne Mischenspitzhacke. Jetzt wird der Aporn hoffentlich. Ähm, Mike? Ja, was ist? Soll ich jetzt zwei Schwerter machen? Oder ne Brustplatte? Was? Was? Ihr letztes war schon dabei? Letztes? Ne. Ne. Soll ich? Was? Oh, die Blume ist gespawnt. Was? Okay. Soll ich Schwert oder Brustplatte machen? Dia? Ja. Brustplatte. Okay. Bleibt da noch genug für... Dann haben wir noch drei Dias. Dann würde ich sagen, behalten wir die erstmal. Zwei Dias brauchen wir noch. Dann hätten wir ein Dias. Denn ein Dias können wir behalten. Schaufel! Nein, nein, nein. Mach dir keine Schaufel. Nein, Team Winstack, Prinzessinnen, Logo und Minus Dude. Schade. Plattenspieler. Yay! What the fuck? Ups. Auf jeden Fall läuft... Ähm... Okay. Mai, kommst du mit runter? Wir farmen da noch ein bisschen. Warte mal eben. Ich mach mal einen kurzen Cut. So. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich aufnehme, oder? Ich nehm doch auf, ne? Ja, ich nehm auf. Also sollte es zumindest. Ach, hier rein gehen wir jetzt. Okay. So, ja, diesmal sollte die Aufnahme jetzt richtig gehen. Das war halt... Manchmal hab ich so Tage, da würde ich... Grab ab hier nochmal, Mike. Grab ab hier nochmal 10 Blöcke weiter. Ab hier 10 Blöcke weiter? Ja. Und wenn du dann fertig bist, dann machst du hier in jedes zweite Block, sodass du meinen Gang rechts ziehst. Ja. Ich bin jetzt bei der Erde. 7... 8... 9... 10... Man kann hier ja rechnen lernen, Leute! Juhu! Okay, dann machst du bei Block 10, machst du ein Loch nach rechts. Ein Loch. Ja. Und dann? Okay. Und dann immer weiter warte kurz. Es sollte gleich bei dir sein. Lapp es! Ja, Ralle. Lass es gut. Egal! Zwei Blöcke waren das. Nicht. Dann geh mal weg, geh mal weg. Nicht für die Zuschauer. Oh. Geh mal weg mal. Ja, geh durch. Dann geh durch. Nein, das soll so sein. So, okay. Dann soll ich jetzt hier weitermachen. Nein, du machst jetzt, guck mal. Du machst den Demos da, Mike. Schau mal. Schau mal. Ach so, so durch? Genau. So mal durch. Ja, weil ja, hier oben ist Eisen. Immer snicken, Leon. Nimm das nicht. Ich will nicht gesnackt werden. Die können es eigentlich gar nicht snacken. Die wissen noch gar nicht, wo wir sind. Wir haben die erste Folge. Ja, und nach dieser Folge wollen wir aufnehmen. In der Höhle. Dann nehmen wir noch ne Folge auf und danach lade ich die Dings hoch. Die zweite. Wo die sehen, wo wir denn welche, äh, was wir alles haben und so. Kohle, nice. Okay, ich hab wieder Eisen. Kann das Eisen? Ich hab noch 10 Minuten. Wie kann das Eisen trotzdem noch gut? Du hast noch 10 Minuten übrig? Wow, das geht immer so schnell vorbei, ne? Ja, ne? Ja. Aber Leon, wir haben die ja. Und nochmal Eisen. Ey, was ist das für ein lucky day heute? Eis. Nochmal Eisen! Yo! Oh fuck, ich hab keine Fackeln mehr. Warte, ich müsste hier stehen. Hä, wieso bist du da runter gegangen? Weil hier so viel ist! Oh, hier Bedrock. Oh Gott. Ich glaub, wir schon mal in Bedrock sind. Ja! Oh, hier ist, ähm, ähm, Kies. Eisen und Eisen. Sag ich schon. Die Kohle hier noch mitnehmen und dann hauen wir ab. Also, wie machen wir das? Das ist mit meinen. Ich würd sagen, in der nächsten Folge, wollen wir dann noch in der Höhle bleiben? Oder wollen wir... Ähm, was ist das mit meinen? Doch, wir bleiben noch. Wir bleiben noch. Ist ja jetzt hier die dritte Folge? Vierte? Ach ja, dritte. Noch dritte. So, was machen wir hier? Zu den Gang? Danke. Gut. Ich hoffe, ich mach das ja auch richtig, wie du's gesagt hast. Ich bin mir nicht sicher. Leon, was machst du da hinten? Wieso stehst du da rum? Hä, ich... Ich steh nicht rum. Ich baue. Hä? Okay. Hatten wir letztens doch einen Lavasee gefunden, ne? Ja. Oh! Mega Lama. Oh Gott. Das ist nicht gut. Das sind die 07 Einzler. Sneak. Das ist aber nicht gut. Ne, danke. Mike, das ist aber nicht gut. Na ja, weil die gut equipped sind oder was? Ich weiß es ja nicht, aber... Ah fuck, ich hab falsch hier. Wahrscheinlich werden wir gesniped in irgendeiner Folge, weil wir eine der Einzigen sind, die hochladen. Ja, du kannst mir gerne in den Kommentaren schreiben. Hey Mike, du hast falsch gesplippt meins. Bitte bring dich um oder so. Kannst gerne in den Kommentaren schreiben. Was haben die? Ja, ich glaub die wollen auch nicht gegen uns kennen. Hier kommt n' durch. So ne blöde Kies, die man braucht. So Mike. Hier ist Kies bei dir. Oh Gott, ich muss aufpassen. Das ist gut. Das ist gut. Ja trotzdem muss ich aufpassen. Ich will nicht sterben. Okay Mike, wir müssen den Weg mal kurz nach oben finden. Da ist Name! Sneak! Sneak! Siehst du den auch? Ich seh deinen Namen immer noch. Lachsnappen. Das ist... Null ein... Das ist... Was ist das? Oh mein Gott! Nein! Lass dorthin! Nein, 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 Leon! Nein! Wir machen uns jetzt Dierschwerter los. Wir ziehen dir, Brussi, doch an! Pfff! Ich hab die nicht, noch nicht. Hast du noch nicht gemacht? Nein. Okay, okay. Ja, okay. Ist noch gut. Ich mach die jetzt, okay? Nein, noch nicht, noch nicht! Nein, 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 nein! Egal! Wir ignorieren die! Soll ich dann die Dierschwerter machen? Nein, wir ignorieren die nicht! Die wollen zu uns! Aber ja, wir werden gleich gekickt! Nein, das ist nur bei Sven! Das ist bei Sven! Okay! Nicht schreiben! Nein! Wir machen... Ich mach jetzt zwei Dierschwerter! Sony hat den, ähm... Was ist mit Sven? Hä? Was ist mit Sven? Ups! Das ist bei Sven dort hinten! Okay, Mike, ich mach jetzt Dierschwerter, okay? Ach, Sven ist das? Aber Sven wird doch eh gleich gekickt! Also nach uns! Mach mir... Ich mach jetzt zwei Dierschwerter, okay? Ja, ich weiß was! Nein, mach nicht! Doch! Okay, mach aber... Wir haben dann noch Frieden! Okay, Leon, hör mit zu! Hör mit zu, Leon! Wir haben... Wir gehen jetzt dorthin! Wir werden ja nach... Leon, der wird kurz nach uns gekickt, ne? Ja! Aber wie wär's, wenn wir... Wenn wir dann das Wort wieder raufgehen, nochmal aufnehmen... Und... Einfach abhauen! Schmieke! Schmieke jetzt! Ich schmieke! Nein! Wir killen ihn jetzt! Wir killen ihn jetzt! Nein, wir killen ihn nicht! Wir hauen auf! Doch, tun wir! Nein, wir killen ihn nicht! Nein, Leon! Ich will nicht sofort das wahre... Das wahre Projekt beenden! Das ist mir scheißegal, wir killen ihn jetzt! Er ist alleine, wir sind zu zwei, wir haben voll Iron und Dierschwerter! Ja, was ist mit ihm? Vielleicht hat der auch... Er hat noch keinen Erfolg... Scheiße! Ich muss mir der Deer-Picke bauen, sorry! Lava gefunden! Oh nein! Oh nein! Nefi-Quart und Gettlef! Die wollten mit uns einen Kampf machen! Das stand in den letzten Kommentaren... Du hast deine Deerschwerter ausgewickelt aus! Ist das bei Sven? Ich weiß es nicht... Ich will nicht hoch! Leon! Wir geh jetzt zu dem Mann! Ich hab Angst, Leon! Wenn ich wegen dir sterbe... Hey, ich gianzig! Leon! Ich schwör! Wenn einer von uns stirbt! Wenn ich es bin von uns beiden, ja? Drei! Zwei! Eins! Los! Leck mich! Wo war der Name? Fack, ich hab den Grunds gelegt, als du losgesagt hast, hab ich gelegt! Hier war ein Name, hier war ein Name, hier war ein Name! Wo ist der? Nicht, nicht, nicht! Warte, hier ist Lappes! Ja, nimm mit, man! Juckt mich aber grad sehen! Wo ist der scheiß Name? Ich hab keine Fackeln mehr, Leon! Ich hab keine Fackeln mehr, Leon! Ach komm, wir machen jetzt Obsidian! Leon! Bei Sven, Lennart, diesmal kann aber nur einer von uns wahre gewinnen! Hä? Was ist das? Was meinen die? Na warte, ich muss ihm Fackeln machen! Wahrscheinlich war bei Sven und Lennart... Alter, guck wie viele Leute da drauf sind! Was? Oho, ultra hoch! Oho, jetzt ist auch noch grad drauf gekommen! Oho, Leute! Oha! Jetzt gehts los Leute, jetzt gehts los! Wahrscheinlich haben die jetzt... Ich lese ja nicht Disco, weil ich ja während ich aufnehmen bin ja privat... Ich dachte... Diamanten! What the fuck?! Oh mein Gott, wie sind die Diamanten? Leon, Eis Gold! Was? Hier, äh, mich schmeiß' Knochen weg, brauchen wir nicht! Ich nehm' Gold mit! 13 Dias hab' ich jetzt wieder! Ja, hier ist Gold! Oh, nice! Forgot-Effel! Ist... OP-Gold-Effel sind nicht erlaubt, aber normale schon! Sind hier noch mehr Dias? Ne... Alter, wir haben soo Lack, ne?! Wir haben soo Lack! Und... Wo ist eigentlich die Border? Hä? Es gibt doch gar keine Border, oder? Doch, es gibt ne Border! Ich weiß aber nicht, wo die ist! Das stand... Das hatten wir in der ersten... Nicht in der ersten Folge, aber vor der ersten Folge... Am Anfang mal gefragt! Ich weiß aber nicht mehr! Lauf hin! Was? Leon! Ich glaub' ich hab da... Was ist da oben? Ich glaub' ich hab da grad nen Namen gesehen, bin mir mir nicht sicher... Oh Gott, ich lerge! 5000 x 5000! Okay, macht Sinn! Ja, ich hab' noch Platz! Da ist kein Name! Ne... Mob ist es auch nicht, das würde ich dann sehen! Ich hab' Labby drin! Labby ist ja erlaubt, außer Minimap und X-Ray! Und? Dieses eine Radar, oder was es ist? Ja, das ist ja die Minimap! Achso, ist so, ja, ja! Es ist kein Mob gewesen! Darum ist nix! Leon! Leon! Wir werden gleich gekickt! Ich würd' mich einbauen! Ja, ich hab' genügend Obsidian! Komm! Komm zu mir! Ich komm! Wir machen dann in der nächsten Folge, machen wir schnell den Verzauberungstisch! Wir machen den jetzt! Wir haben noch über 5 Minuten! Nicht, ich nicht! Bei mich scheint gerade, du hast noch 5 Minuten Zeit! Oh doch, du hast noch 5 Minuten über! Ja, komm dann! Leon, Leon, wohin? Leon, was ist mit dir jetzt? Gib mir das Zuckerrohr! 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 Ich brauch' drei! Ich hab' nur zwei insgesamt! Wir müssen das anbauen! Dann ist Wasser! Wenn du willst, können wir... Ich hab' eine Crafting Table damit! Ja, warte! Ich mach' ich mach' ich hab' ne Axt! Ich hab' ne Axt! Fuck, warte! So, hab' ihn! Ich geh' schon mal wieder hoch! Oh, Leute! Beeilen, beeilen! Sneaken, oder? Egal, Yolo! Oh mein Gott! Ich bin grad' so angespannt! Ohne Scheiß! Oh Gott! Nein, was machst du? Ich seh' nichts! Ne, die brauch' ich, die brauch' ich! Okay, Leon, ich würd' sagen... Oh, hier noch'n Crafting Table denn! Wo soll' ich'n hinbau'n? Da! Hier, dahin! Haben wir'n Muster! Okay, Leon, Leon, ich hab' noch hier Sachen zum... Warte! Ja, da ist doch was drin! Hm! Ich weiß, gib' mir mal... Ich hab' mir kurz... Ja, du lägst! Ja, du lägst! Du lägst! Du lägst! Wir beide lägen! Gib' mir doch nicht den Müll, leider! Braul! Wieso hab' ich zwei Steinschwerter, alter? Ich hab' auch zwei Holzschwerter! Warte, warum wir die Teamkiste machen mit den Dias? Was? Höhle gefunden! Leon, hast' gehört? Wollen wir die Teamkiste machen mit den? Leon, unsere Zeit geht jetzt aus! Hier ist noch mega viel! Ja, das machen wir aber... Das schaffen wir nicht, Leon! Warte, ich hol' mich schnell einen Lava-Eimer! Ich geh' wieder nach oben zu unserer Base! Sneak immer, ne? Immer sneaken! Ich komm' jetzt auch wieder! Oh Gott! Leute, ich bin so ange... Leon, wollen wir direkt danach aufnehmen, die nächste Folge? Ja! Ja! Wir machen, wir machen 5 Minuten Pause! Wir warten nicht bis die weg sind, die können zwei machen, hast' ich vergessen das! Hast' gehört, Leon, wir machen 5 Minuten Pause! Ja, ja, doch, komm, wir machen! So, was ich hier eigentlich machen wollte... Jetzt kommt's! Was ist das jetzt? Wir wollen uns einbauen, denn... Ist das Ledermaus, oder? Ja, das Ledermaus! Achso, du hast' es geschrieben, guck' ich doch mal! Geh' mal weg da! Dias! Dias! Schon wieder? Ja! Ah, ne, er holt... Achso! Wow! Wow! Wie viele haben wir? Oh Gott, Leon! Ne, ne, ne! 50 Sekunden, 50 Sekunden! Leon, Leon, Leon! Ich hab' jetzt einfach mal grob 20! Hey! Hey! Nein! Bau' uns zu! Bau' uns zu! Bau' uns zu! Ach, ja! Nein, du... Was? Okay, Leute! Das war's mit der 3-Folge Wahre! Wer's euch gefallen hat! Dann lasst die Posti-Bewertungen da! Wenn ihr mehr sehen wollt, oder die nächste Folge gesehen wollt, klickt nach links, rechts die Playlist, oben könnt ihr auf meinen Kanal kommen, da könnt ihr gerne die Glocke anschalten! Leon, sag' noch irgendwas! Wie findest du die Folge? Ganz angespannt, aber... Okay! Jo! Hau rein, Leute! Wir sind grade alles drauf! Wissen mich, meine Leute! Megalama! Und... Tschüss! Leon, sag' tschüss! Tschö!